Hier, Radiopoli, Griechenland für die Ohren. Ganz Berlin ist voll von Athenern, so heißt es. Aletheia, wie in den Affären ein bisschen. Im Jahr 2011, als 300 Jahre alt waren, waren wir in der Berufung von Verolino. Griechische Ärzte strömen regelrecht nach Athen. Das heißt eine Schlagzahl in Griechischen Zeitungen. Und darüber wollen wir uns unterhalten mit dem Vorsitzenden der Athenian Ärzte-Kammer, Dr. Georgos Batullis. Guten Tag, Herr Batulli. Guten Tag, Sie und den Akroaten. Das freut uns auch. Sie haben Brüderschaft geschlossen. Die Ärzte-Kammeren, Athen und Berlin. Warum eigentlich, möchte ich Sie fragen. Adelphopie, Sie pragmatopie sind die psychiatrische Ölogie des Athenas und Verolino. Das ist, Herr Präsident, für praktische Sprache. Das ist auch für praktische und für symbolische Sprache. Symbolische, weil wir müssen uns die Fragen der Hygienste in Europa an der ökonomischen Situation in jedem Land. Und die Ärzte-Kammeren, Das heißt, Sie sagen, es ist natürlich auch ein praktischer Grund, wenn die beiden in den ersten Vereinigten Zusammenarbeitung. Ich möchte Sie gerne zum Zustand des Gesundheitswesens fragen. Dr. Patoulis, Sie können die Ärzte in der Schweiz prüfen, wenn die Ärzte in der Schweiz prüfen, dass sie die Ärzte in der Schweiz prüfen, die Ärzte in der Schweiz prüfen, und dann später, wenn sie die Ärzte in der Ärzte, um die Ärzte in der Schweiz prüfen. Was Sie sagen, dass Sie noch ein Ärzte in der Ärzte in der Schweiz noch ein Ärzte in der Schweiz oder ist es etwas typisch? Ist es ein Ärzte oder ist es ein Ärzte? Ich glaube, wir sind in einer neuen Zeit, wo es in der Ärzte in der Ärzte in der Ärzte versuchen, die Ärzte in der Ärzte in der Ärzte zu sagen, dass sie die Ärzte in der Ärzte sind. Das ist genau das Ärzte. Ich sage, dass es jetzt 5,5% der Ärzte ist, dass sie die Ärzte in der Ärzte in der Ärzte dieser Ärzte in der Ärzte dass sie die Ärzte in der Ärzte die Ärzte in der Ärzte aber nicht? Aber wir haben nicht die Färgen von MIMU. Wir glauben, dass die Diagnose und die Therapie der Tätigkeit die Mimusin ist, und der die Tätigkeit muss, und der die Tätigkeit der Tätigkeit erneut. Daher ist es sicher, dass sie ein Färgen müssen, dass ein Färgen wird, dass ein Färgen kommt in die Stadt. Sie können aus den Tätigkeit hernäutig führen. O EOF hat viel, ein Färgen war. Sie haben natürlich Angst, dass im Rahmen der Generika, also der Medikamente mit dem selben Wirkstoff, aber von mir aus einer etwas billigeren Marke, dass da natürlich auch in Griechenland die Gefahr besteht, dass durch fehlende Kontrollen, weil der Staat sich ja aus einem zurückzieht, dass dann eben nicht der wirkliche Wirkstoff verschrieben wird, sondern dass sozusagen so auf Umwegen vielleicht einfach nur so ein Dummy-Preparat in die Hände kommt. Aber wirklich, ich glaube, dass, insofern mit dem, was wir hier in Deutschland gehört, über das System der Gerechtigkeit in der Schweiz, wie wir damit beginnen? Also, wie gesagt, die Philosophie sind diese, die wir heute haben. Darum, wir glauben, dass wir hier in destruiseten, der nicht nur in die Gesellschaft haben, dass wir heute in der Lage sind, wo wir hier in der Lage sind, dass hier in der Lage sind gleich nicht? Ja, das ist mir. Das ist, dass wir hier in der Lage sind, was wir heute hier recht haben, dass wir heute hier in der Gesellschaftskoholster oder auch in der Gesellschaften mit dem Verfahren kommen. Wenn wir jetzt diese Behaviungen, wo wir hier in den Start-A-Buildern, wir haben, was wir heute darüber nachdenken, wo wir heute sind. Wir haben, bis wir heute auf die Maureanlo-Legendienste hierher haben, dass wir heute hierher haben, woanders äitzschέ haben. Wir beantwidades haben, dass wir heute haben. Wir haben dann dass wir heute heute hierher, Und das war, dass es so viel Geld ist, ohne dass es eine Analyse gibt. Jetzt kommen wir und wir machen, dass wir die Überschriften haben. In dieser Zeit gibt es die Arbeitsplätze, die Kinder und Jugendlichen und Jugendlichen, weil sie nicht die Zeit vermitteln, weil sie nicht die Zeit vermittelt haben. Es gibt viele Monate, die in der ersten Begründung haben die 2-3 Jahre lang, ohne dass sie die Asfaltistische Tasmeier haben. Und es gibt keine Programme, der sich in der ersten Zeit und in der ersten Begründung beherrscht, wo es geht, wo es geht, wo es geht, wo es geht, wo es geht.